Herzlich Willkommen in den EMI Berliner Studios. Mein Name ist Philipp Krause und ich zeige euch heute ein bisschen was hinter den Kulissen einer symphonischen Dolby Atmos Produktion passiert. Wenn man sich mit dem Thema Dolby Atmos for Music befasst, dann muss man sich ein bisschen angucken, wie wird diese Musik eigentlich gehört. Und da fällt bei uns hier vielleicht direkt schon ins Auge, dass hier einige Lautsprecher stehen. Wir sind hier in der Regie 1, in unserer Regie 1, wo wir uns entschieden haben, ein 914 Setup aufzubauen. Es ist ein Setup, was uns vor drei Jahren, als wir angefangen haben, uns mit Dolby Atmos zu beschäftigen, empfohlen wurde als nahezu maximales Lautsprecher Setup für Home Entertainment. Aber wir wissen ja, Dolby Atmos hat eigentlich keine Einschränkung, was die Wiedergabekanäle angeht. Auf unserem Setup können wir eben bis 914 abhören, aber natürlich auch kleiner, sprich 5.1, 7.1 oder auch Stereo oder wenn sein muss auch Mono. Wir, wie man vielleicht auch sieht, haben hier angefangen ursprünglich mit einem 5.1 Setup, eben kommend aus der 5.1 Zeit und sind dann mit nach und nach dem Hinzufügen von Lautsprechern immer etwas größer geworden. Das heißt, wir haben jetzt 9 im Kreis, wir haben vier Lautsprecher an der Decke und wir haben einen Tieftöner. Wir haben im Jahr 2018 angefangen, uns mit Dolby Atmos Music zu befassen. Damals war noch nicht ganz klar, wie das am Ende wiedergegeben wird, also wie der Kunde, der Musikhörer am Ende die Musik zu Hause hören würde. Es ist inzwischen viel passiert. Zwischenzeitlich gab es eine eigene Lautsprecherreihe, die extra dafür hergestellt wurde von Amazon und jetzt seit neuestem ist es eben möglich Atmos über ein Handy zu streamen. Das heißt, auch das müssen wir hier simulieren. Neben diesen ganzen Lautsprecheranordnungen wollen wir hören, wie hört sich ein Atmos Mix binauralisiert auf dem Handy an. Und dafür waren hier einige technische Änderungen notwendig, die wir jetzt vor kurzem durchgeführt haben. Denn unsere Produkte werden auf unterschiedlichen Wegen erstellt. Wir machen eben Aufnahmen vor Ort, zum Beispiel in einem Konzertsaal oder hier bei uns im Studio. Und aus diesen Aufnahmen werden dann verschiedene Formate erzeugt. In der Regel zunächst ein Stereo Mix, so wie es die letzten 60 Jahre ungefähr gemacht wurde. Und erst im zweiten Gang entsteht meistens ein Atmos Mix. Mit diesen Atmos Mixen, wie gesagt, sind wir seit 2018 ungefähr vertraut. Wir haben angefangen mit Archivmaterial. Unsere erste Veröffentlichung waren die neuen Beethoven-Sinfonien von Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern. Und seitdem haben wir etwa um die 100 Stunden Musik hier in Atmos gemischt. Bevor ich ins Detail gehe, skizziere ich kurz, wie der normale Arbeitsablauf ist. Wie gesagt, Ursprungsmaterial ist immer eine Aufnahme in der klassischen Welt. Das heißt eben ein Orchester typischerweise, das ein Werk eingespielt hat, was wiederum mit mehreren Mikrofonen aufgenommen wurde und dann in einer DAW vorliegt, um von dort aus geschnitten zu werden oder eben gemischt zu werden. Mit dem Schritt auf Atmos wurde entschieden bzw. die Entscheidung herbeigeführt, dass wir In-the-Box mischen. Das bedeutet also, statt wie früher über einen Mischpult zu gehen, diese haben wir ja noch auch im Einsatz. Hier ist auch noch eins, aber da vielleicht ein anderen Mal dazu. Bleiben wir jetzt in der Software, sprich in Pyramix, das ist hier schon geöffnet, oder Pro Tools. Das sind für uns die beiden Programme, die wir benutzen, um Musik zu bearbeiten und zu mischen in allen möglichen Formaten. Zur Verfügung steht uns also hier ein Pro Tools HDX-System auf Mac-Basis und ein Pyramix Mass-Core-System auf PC-Basis. Das heißt, unsere ganze Mischumgebung, die wir haben, muss mit beiden Systemen ansteuerbar sein. Um das zu gewährleisten, haben wir jetzt vor kurzem ein Merging Anubis installiert, also ein Gerät, was verschiedene Eingangsquellen hat und verschiedene Ausgangs-Destinations, sodass wir eben alle möglichen Quellen für eine Atmos-Mischung hier auswählen können und auch miteinander vergleichen können. Man stelle sich vor, in der Regel liegt eine Stereo-Mischung bereits vor. Die wurde vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt schon erstellt und im Vergleich zu dieser Stereo-Mischung wird nun ein Atmos-Mix neu generiert. Für uns muss es möglich sein, zwischen diesen beiden Mischungen immer hin und her zu schalten und zu vergleichen, wie sich die neue Mischung zu der alten verhält. Kommen wir also zu der Frage, wie man jetzt mit einem Symphonieorchester umgeht in Bezug auf Atmos. Wir haben eine neue Dimension gewonnen durch Atmos. Plötzlich gibt es im Format vorgesehen Deckenlautsprecher, die man sich vielleicht zu Hause installiert hat und eben auch die neue faszinierende Welt der binauralen Wiedergabe, in der eben auch eine gewisse Höhe erzeugt wird durch virtuelle Schallquellen, die über uns stattfinden. Wenn wir einen Schritt zurücktreten von diesen Möglichkeiten und uns angucken, was bedeutet das bei der Aufnahme? Denn wir haben es ja mit einer realen Performance zu tun. Wir haben Musiker, die sitzen auf einer Bühne. Diese Bühne hat eine bestimmte Ausdehnung und auch in diesem ganzen Aufbau könnte die Höhe eine gewisse Rolle spielen. Dazu gibt es verschiedenste Mikrofonierungsanordnungen, die zurzeit diskutiert werden und auch viele ästhetische Fragen, die dazu geklärt werden müssen. Zum Beispiel möchte ich gerne, dass eine Pauke von oben links vorne kommt oder vielleicht eine Trompete von oben rechts hinten. Da gibt es also die verschiedensten Philosophien und ich möchte euch gern einmal zeigen, wie wir es umgesetzt haben in einem aktuellen Projekt, was jetzt im Juli 2021 veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um das Lied von der Erde oder The Song of the Earth in tatsächlich zwei Versionen. Die eine ist von Gustav Mahler und die andere ist von dem chinesischen Komponisten Xiao Gang Ye. Beide wurden im Jahr 2020 in Shanghai aufgenommen und glücklicherweise hatte ich die Möglichkeit, die Mikrofonierung dort schon mitzubestimmen mit dem Wissen, dass hinterher dieses Produkt in Atmos veröffentlicht wird. Noch mal zurück zu unserem Lautsprecher Setup. Hier stehen neun Lautsprecher im Kreis plus auf einer Kuppel vier Lautsprecher an der Decke. Wenn wir uns also vielleicht mal kurz die Augen schließen und uns denken, was würden wir gerne von wo hören, wenn wir von einem realen Orchester ausgehen, dann müsste man sich natürlich mit der Frage befassen, wie ist dieses Orchester denn aufgebaut? Und dazu gibt es einen Plan, den kann man jetzt hier sehen. Also der ist real und wurde auch genauso umgesetzt. Und auf diesem Plan sieht man auch schon die verschiedenen Mikrofonpositionen eingezeichnet, wo man so ganz bisschen erkennen kann, wie das Konzept bei dieser Aufnahme war. Wie häufig bei klassischen Produktionen, oder ich sag mal immer, gibt es eine Art von Hauptmikrofon, über das die Grundbalance und der Grundklang des Orchesters eingefangen wird. Und auch für diese Atmos Mischung wurde hier ein entsprechendes Hauptmikrofon gewählt. Vielleicht kann man es erkennen, dass Basis bietet ein AB mit einem Sennheiser Twin Pärchen. Dieses Mikrofon ist vielleicht ganz interessant, man kann es kurz zeigen. Für die, die es nicht kennen, ist mit einer Doppelkapsel aufgebaut, wie viele Kondensatormikrofone. Jedoch kommen beide Kapseln getrennt hinten raus. Das heißt, ich habe zwei empfindliche Einsprechrichtungen. Die eine ist eben von dieser Seite und die andere ist von der Rückseite. Was kann ich damit machen? Ich kann damit vor dem Orchester positioniert mit einem Mikrofon gleichzeitig Direktschall vom Orchester und Diffusschall vom Raum einfangen. Warum das jetzt in diesem Zusammenhang so wichtig ist, da kommen wir gleich noch drauf. Jedenfalls ist das die Basis für diese Mikrofonierung. Und ja, zu diesen Pärchen hinzugefügt, sieht man auf dem Plan noch ein paar mehr. Vielleicht wichtig für Atmos, noch die beiden Outrigger zu sehen, mit denen man eben den Klang etwas breiter ziehen kann. Kommen wir zurück zu der Lautsprecheraufstellung. Wir sitzen in einem Kreis von Lautsprechern und wünschen uns eigentlich in der idealen Hörposition ein möglichst breites Klangereignis. Ein Orchester hat eine riesige Ausdehnung und in irgendeiner Form möchte ich diese Ausdehnung gerne in das Wohnzimmer bringen. Wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, niemand möchte ein ganzes Sinfonieorchester in seinem Wohnzimmer sitzen haben. Dennoch, die schiere Größe sollte sich irgendwie übertragen. Und letztendlich bieten also diese zwei Pärchen, die zwei Twins und die beiden Outrigger die Basis für den Grundorchesterklang. Bei diesem Werk, das Lied von der Erde, ist in beiden Bearbeitungen immer ein Solist dabei oder eine Solistin, ein Sänger oder Sängerin, die jeweils in der Mitte platziert wurden für die Aufnahme und auch für die Mischung. Und so kann man eigentlich ganz schön ein breites Orchester schaffen und in der Mitte einen fokussierten, klaren Gesangssolisten oder Solistinnen. Dann gucken wir uns doch das Ganze einmal kurz in der Session an und ich führe euch ein bisschen dadurch. Was man hier sieht, ist erstmal das Programm Pyramix, was bei uns für Klassikproduktionen eingesetzt wird. Zunächst ist das Ganze etwas unübersichtlich, aber ich versuche mal euch da durchzuführen. Jede Spur, die man hier sieht, entspricht einem aufgenommenen Mikrofon. Das heißt also, wir hatten relativ viele Kanäle, wobei es geht noch. Insgesamt sind es 36 an der Zahl. Verschieden eingefärbt sieht man hier die verschiedenen Gruppen, jetzt gerade in grün. Zum Beispiel hier die Percussion, die bei diesem Stück etwas ausgedehnter ist. Da unten in Braun die Streicher und so die einzelnen Gruppen Holzbläser in Orange. Das dient letztendlich für mich dazu, um die Orientierung zu behalten, wenn man durch ein solches Werk durchgeht. Denn die Farben, die ich hier jetzt in den Clips sehe, sehe ich gleichermaßen auch in meinem Mixer, den ich mal eben aufmache und mehr angucke. Spur, Reihenfolge ist dieselbe. Und hier sehen wir auch sofort schon das Mikrofon, von dem ich gesprochen habe. Und zwar mit dem Titel Front bezeichnet es das Pärchen des wohlgemerkten Stereokanal. Twins begleitet von Rear. Das ist also das Pärchen, was nach hinten zeigt. Dann ergänzend dazu die beiden Outrigger, hier bezeichnet mit Wide, die also in dieser Konstellation mit diesen sechs Spuren den Grundcharakter für diese Aufnahme bilden. Und dann geht es eigentlich mit weiteren Stützsignalen weiter. Wir haben hier die Solistin oder den Solisten. Es sind tatsächlich zwei, die sich abwechseln. Und dann einzelne Stützmikrofone. Hier ist noch ein zusätzlicher Deckertree, der in dem Saal installiert ist, den wir auch mit aufgenommen haben. Und wenn man hier einfach so durchgeht, sind es die einzelnen Mikrofone, die eben in den einzelnen Instrumentengruppen des Orchesters standen. Wenn wir jetzt von links nach rechts einfach hier einmal durch den Mixer schauen, ergeben sich eben diese insgesamt 36 Spuren, gefolgt von einem Live-Mix, der mit aufgezeichnet wurde, der nachher bei der Mischung auch gut ist im Vergleich, damit man einfach weiß, was vor Ort gehört wurde. Hier sieht man eine Reihe von VCA-Gruppen, die ich allerdings nicht weiter benutzt habe. Und dann noch so ein paar Kanäle, die jetzt für den Moment auch erst mal wenig relevant sind. Spannender ist es, was hier auf der rechten Seite passiert. Denn wir können uns vorstellen, was ich vorhin sagte. Was zunächst entsteht, ist eine Stereo-Mischung. Das heißt, auf Umwegen kommen wir am Ende hier auf einem Stereo-Bus raus. Und das ist für mich die Mischung, die zunächst gilt und freigegeben wird für Streaming und CD. Alle Veröffentlichungen, die digital sind und die eben unabhängig von der Atmos-Veröffentlichung rausgehen. Das heißt, über diesen Stereo-Bus erstelle ich zunächst die Stereo-Mischung, habe aber in diesem Projekt schon meine 914-Mischung ein bisschen mit im Auge. Das Pyramix Routing erlaubt mir, beide Mischungen parallel zu erstellen. Hier ist sogar noch ein Bus zusätzlich drin für eine mögliche 5.1-Nutzung. Man weiß ja nie. Das heißt, ich erstelle eigentlich drei Mischungen auf einmal, nur ist vielleicht in dem einen Moment die 914-Mischung zu vernachlässigen, auf die ich mich dann zu dem späteren Zeitpunkt konzentriere. Und genauso war es in dieser Produktion. Wie gesagt, zunächst ging es um die 2.0-Mischung und erst im Nachgang wurde aus dieser 2.0-Mischung der 914-Dolby-Atmos-Mix erzeugt. Jetzt werden diese Begriffe schon wieder ein bisschen schwammig. Was ist ein 914-Mix und was ist ein Dolby-Atmos-Mix? Ich sagte ja, unser Setup hier ist 914. Aber um eine Dolby-Atmos-Mischung zu erstellen, müssen wir natürlich in irgendeiner Form ein Dolby-Atmos-Master-File erstellen. Und dazu mischen wir natürlich nicht in einen Bus in Pyramix, sondern unsere Mischung entsteht durch eine Kombination einer Bed-Mischung mit einzelnen Objekten, die für sich an den Dolby-Atmos-Renderer geschickt werden. Dieser läuft parallel auf einem Mac Pro. Das heißt, alles was ich hier ausspiele, seien es Objekte oder Beds, werden an den Renderer geschickt und von dem Renderer werden sie abgehört. Das erlaubt mir eben gleich beim Mischen schon alle Formate abzuhören, die bei einer Dolby-Atmos-Mischung entstehen bzw. beim Kunden entstehen. Das Ganze muss unter Umständen auch parallel passieren, denn im Moment sieht es für uns sehr stark danach aus, dass das binaurale Rendering von einem Dolby-Atmos-File am relevantesten ist. Das Ganze müssen wir also mit kontrollieren, über Kopfhörer und stets vergleichen, sodass nicht irgendeine Mischvariante hinterher hinkt. Und das Ganze machen wir über ein Gerät auch von Merging, den Anubis, der hier neben mir steht, der mir eben erlaubt, die verschiedenen Quellen anzuwählen. Seien es einzelne Gruppen aus Pyramix, seien es einzelne Down-Mixe aus dem Renderer, sei es eine Referenz- Stereo-Mischung, wie zum Beispiel der Live-Mix, der mit in der Session liegt, oder ein bereits veröffentlichter Mix, wie er auch hier schon in der Session liegt. Also diese Flexibilität brauche ich bei der Mischung, um Formate zu vergleichen und um sicherzugehen, dass das Endprodukt, was möglicherweise nur mit Kopfhörern binaural gehört wird, auch dem Standard entspricht, den wir gewährleisten wollen. Werfen wir nochmal einen näheren Blick in die Session und gucken da etwas genauer hin. Ich erwähnte ja vorhin, dass es ein besonderes Mikrofon verwendet wurde, das MKH 800 Twin, was wir hier sehen auf den Kanälen 1 bis 4. Und schauen wir uns mal an, wie es gepannt ist. In diesem Pyramix-Panner wird mir gestattet, in drei Dimensionen zu pennen. Es gibt auch hier eine genauere Ansicht, wo man eben entscheiden kann, aus welchen Lautsprechern oder auf welche Kanäle des Beds nun mein Signal gerotet werden soll. Der besondere Vorteil von diesem MKH 800 Twin ist eben, dass es ein koinzidentes Mikrofon ist. Das heißt, ich kann die vordere Kapsel nach vorne legen, so wie es hier eingestellt ist, und die hintere Kapsel, die eigentlich Rauminformationen enthält, nach oben. Das ginge mit jedem anderen Mikrofon-Setup natürlich auch. Aber wir müssen ein bisschen im Auge behalten, dass wir es mit Downmixen zu tun haben bei Dolby Atmos. Wir wissen unter Umständen, habt jemand gar keine Höhen-Lautsprecher zu Hause. Und dann wird die Information, die eben aus den Döcken-Lautsprechern kommt, einfach nach unten geklappt mit einem geringeren Pegel. Aber die Signale werden zusammengemischt. Und das kann uns ein bisschen gefährlich werden, in Anführungsstrichen, weil wir möglicherweise sehr ähnliche Signale miteinander zusammenmischen und dadurch Kampffilter-Effekte bekommen. Also eine klangliche Verfärbung des Hauptsignals. Wenn ich das TWIN benutze, habe ich das nicht. Diese beiden Kapseln sind extrem nah aneinander und trotzdem sehr unterschiedlich. Das heißt, wenn ich die beiden zusammen mische, ändere ich möglicherweise das Verhältnis von rückwärtiger zu vorwärtsgewandter Kapsel. Aber letztendlich entspricht diese Zusammenmischung ziemlich genau der, die ich sowieso im Stereo-Mix verwendet habe. Also wäre meine Empfehlung, für die Höhen-Kanäle genauso zu arbeiten, wie es hier getan wurde. Gleiches passiert auch oder ähnliches passiert auch mit den Wide-Kanälen. Das, was uns in einem 9-1-4 Setup als angenehm breit vorkommt, dass die Geigen ganz weit außen sind, geht im Nu verloren, wenn das ganze Setup reduziert wird auf Stereo meinetwegen. Das heißt, man muss ein bisschen darauf achten, dass sich auch diese Signale nicht zu ähnlich sind bzw. ständig kontrollieren, dass nichts Negatives passiert, wenn wir die Wides mit dem Stereo-Hauptmikrofon, mit den TWINs zusammen mischen. In meinem Setup habe ich das versucht durch achten zu machen. Das heißt, letztendlich nach außen gewinkelte Mikrofone mit Achtercharakteristik blenden ein wenig die gemeinsame Mitte aus und so ergibt sich in der Zusammenmischung dann möglichst wenig Verfärbung. So, wie man auch vorhin schon gesehen hat, wurde in dieser Session relativ viel automatisiert. Das ist unter Umständen so, liegt an Wünschen des Dirigents oder auch letztendlich klangästhetischen Entscheidungen, die getroffen werden zu Soli und ähnlichem. Wenn dieser ganze Prozess durchlaufen wurde, und das wurde in diesem Fall bereits für die Stereo-Mischung, dann kommen wir natürlich an den Punkt, an dem ein Dolby Atmos Master erzeugt wird. Wenn wir bereits dieses Setup haben und sowieso durch den Renderer abhören, müssen wir nur noch im Renderer auf Rekord drücken und im Pyramix auf Play und sind mit unserer Atmos-Mischung fertig. ... ... ... ...